Eine kleine Anekdote erzähle ich euch gleich, pass auf. Ich war einkaufen im Rewe und ich bin hier im tiefsten Schwabenland und da war eine Frau mit ihrem Kind und die hat nicht gesprochen, sie hat gesungen. Beniti, ich hab dir gesagt, du sollst es maulern. Junge, Junge, musste ich lachen, ich bin in den nächsten Gang gegangen und ich musste so lachen und ich denke mir so, das kann nicht ihr ernst sein. Und die ganze Zeit hörst du die Schwätze, Nao, und singen. Ich war so fertig mit der Welt, ich musste einfach zur Kasse gehen und da raus. Bin dann abends nochmal einkaufen gegangen, in Ruhe. Das konnte ich einfach nicht vertragen, das war zu gut. Beniti, du sollst es zurücklegen, hab ich dir gesagt, Nao. In was für einem Bundesland bin ich hier nur gelandet.